Hallo Leute, Apple hat mit macOS 13.4 ein neues Update für macOS Ventura veröffentlicht und in diesem Video zeige ich euch wie immer alles, was ihr über das neue Update wissen müsst. Neu ist hier mal, dass einem nach dem Update auf macOS 13.4 in den Einstellungen unter Allgemein unter Software-Update hier oben der Punkt Beta-Updates angezeigt wird, sofern man seine Apple-ID für die Beta registriert hat. Vor dem Update, da gab es diesen Punkt noch nicht, bis dahin lief das Ganze über ein Dienstprogramm bzw. ein Beta-Profil. Nach dem Update auf 13.4 ist das nicht mehr notwendig, wie gesagt, sofern die Apple-ID für die Beta registriert wurde, z.B. für die Public-Beta, sollte einem dieser Punkt angezeigt werden und anschließend kann man dann hier eben festlegen, ob man Beta-Updates erhalten möchte oder nicht. 13.4 enthält auch ein paar Neuerungen für die Apple-News-App, aber die gibt es ja bei uns leider immer noch nicht, deswegen ist das für uns jetzt weniger relevant. Allgemein kümmert sich das Update hauptsächlich um Fehlerbebungen, Stabilitätsverbesserungen und Sicherheitslücken. Zunächst gibt Apple an, dass das automatische Entsperren des Macs mit der Apple Watch nach diesem Update und eventuell auch nach dem Update auf WatchOS 9.5 zuverlässiger funktionieren soll. Abgesehen davon gibt Apple auch an, dass ein Bluetooth-Problem behoben wurde, bei dem es passieren konnte, dass Tastaturen nach einem Neustart des Macs nur langsam eine Verbindung zum Mac aufgebaut haben. Laut Apple wurde dann hier auch noch ein Voice-Over-Problem bei der Navigation zu Orientierungspunkten auf Webseiten korrigiert und bei der Bildschirmzeit-Funktion konnte es passieren, dass Bildschirmzeit zurückgesetzt wurde oder nicht mit allen Geräten synchronisiert wurde. Auch das soll nach diesem Update jetzt besser funktionieren. Aber abgesehen von diesen Fehlerbebungen, die Apple hier konkret angibt, kann es natürlich wie immer sein, dass dieses Update noch weitere Fehlerbebungen enthält. Also vor allem wer mit macOS Ventura noch Probleme hat, bei dem könnte dieses Update vielleicht helfen. Ein großes Thema sind hier aber auf jeden Fall die Sicherheits-Updates, also geschlossene Sicherheitslücken. Wir sehen auch für macOS Big Sur und Monterey sind neue Updates erschienen, die sich dann eben um die Schließung von Sicherheitslücken kümmern, aber wie sieht es jetzt unter macOS Ventura 13.4 aus? Ich zeige euch das jetzt bewusst nicht so schnell, dass ihr ein bisschen ein Gefühl für die Länge der Liste bekommt. Die scheint hier gefühlt nämlich nicht zu enden. Insgesamt listet Apple hier tatsächlich knapp 50 verschiedene Sicherheitslücken. Also mit diesem Update werden ganz schön viele Lücken geschlossen und ich denke alleine deswegen wäre es empfehlenswert, das Update zu installieren. Neue Funktionen sowie sichtbare Veränderungen wird es ab jetzt für macOS Ventura wahrscheinlich kaum mehr geben. Denn es wird ja auch erwartet, dass Apple bald, nämlich am 5. Juni, macOS 14 vorstellt. Und das wird dann das nächste Update mit den zahlreichen neuen Funktionen und Veränderungen sein. Wir können auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf sein, was uns da genau erwartet. Im Alltag läuft macOS Ventura bei mir persönlich eigentlich sehr zufriedenstellend. Bei mir treten kaum Fehler oder Probleme auf und Akkulaufzeit sowie Performance sind auch ausgezeichnet. Aber wie gesagt ist jetzt auch nur meine persönliche Erfahrung, sowohl mit einem MacBook Pro als auch einem MacBook Air mit Apple Chip. Ausgehend von euren Rückmeldungen gibt es da auch durchaus einige Nutzer, die zufrieden sind. Aber trotzdem geben immer noch Nutzer an, dass bei ihnen im Alltag Probleme bestehen. Oder macOS Ventura noch nicht gut genug läuft. Deswegen geht am Ende die Frage wie immer an euch. Wie sieht denn eure Erfahrung aus? Vor allem nach dem Update auf 13.4. Hat sich da bei euch irgendetwas verbessert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist dann auch schon alles, was ihr über das neue Update wissen müsst. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos für mehr dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.